Ja, und ich bin's wieder, Keisunai Haram, hier mit meinem Let's Play von Limbo, und hier sind fucking Gewehre. Bis wie weit schießen die? Und wie soll ich an denen vorbeikommen? Die Zielsuche geht nicht weg, oh nee. Die Musik passt nicht. Die hört sich zu friedlich an. Und unten drunter ist der Tod. Gut. Das heißt, ich muss dadurch. Aber wie? Andere Frage, kann ich das nicht vielleicht irgendwie kaputt machen? Soll ich vielleicht warten, bis Magazine leer sind? Ich meine, der kann ja nicht unmöglich, unendlich Schuss haben. Oder? Oder? Hm. Wenn der schießt, dann bewegt er sich. Ah! Ah! Ich verstehe. 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 Soll ich sie könnte, Co. Ciao. Ist das Ding jetzt eigentlich kaputt? Jetzt ist es kaputt. Ich kann also weiter. Ja. Ja. Gut. Sehr gut. Das war aber auch dezent gemein. Magnetism. Hmm. Okay. I think I get the point. Okay. Ach, der geht ja immer wieder runter. Ach man. Ne, so wird das irgendwie nichts. Nein. Vaddam du. Wer rutscht jedes Mal da runter? Ach, Spiel. Was willst du nur schon wieder von mir? Was willst du nicht? Oder warte mal. Das war eigentlich nicht die Absicht. Autsch. Das wird jetzt wieder ja ein Plus lang dauern. Hm. Oh, Spiel. Wieso machst du das? Willst du mich verarschen? Komm. Komm. Oh, no. So, jetzt kannst du mich mal. Nein! Och, fick dich. No, ich erweiß es nicht. Wir sehen uns gleich wieder. So. Ich glaube, so ungefähr weiß ich jetzt, wie es geht. Denke ich mal. Ja, es ist gut, wenn man was nachgucken kann. So. So. Nein! Du bleibst da. Oh, ich bin... Ich hab's geschafft. Uh, endlich mal. So. Die Leiter wird aufgeklappt. Das ist... Das ist was Gutes. Und was bringt mir das jetzt? Frieden? Nee, ohne Witz. Was bringt mir das? Frieden? Frieden? Nee, ich meine, jetzt muss ich da irgendwie hinkommen. Vermut' ich mal. Obwohl, unten war ja auch etwas Magnetisches. Ah. Okay. Okay, I get it. I think I get it. Das Klettern dauert so lange. Nee, das Klettern dauert so lange. Nee, das Klettern dauert so lange. Ja, der Scheiß sollte also hier bleiben. Ah, okay. Gleiches Spielchen nochmal. Okay. Dann aber... Schnell. Es hat mich nicht umgebracht. Wow. Das ist interessant. Das ist wirklich interessant. Es hat mich nicht umgebracht. Okay, Mensch. Nein. Nein. Ach, du Warnsohn. Ja, zurück in die Ecke. Timer für die Aktivierung damit gebastelt. Ach ja, komm! Das ist wieder so kompliziert wird. Das ist wieder so kompliziert wird. Okay. 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 Ein Aufzug. So, gut. Hm. Da oben ist eine... Küste? Und die wurde für mich nach unten geschossen. Danke, liebes Gewehr. Bisschen nettes Gewehr. Ah, dafür. Sehr clever. Oh. Not nice. Okay. Soll ich die Küste wieder mitnehmen? Oder? Yay. Ich bin magnetisch. Ich glaube nicht, dass ich da hin sollte, aber... Okay. Habe ich jetzt mal gesehen, was da drüben ist. Ich nehme jetzt aber diese Küste mit. Ich mag die Küste. Die Küste ist nett. Die ist wenigstens wesentlich netter als die ganzen Sachen, die hier sonst so da sind. Ich mag die Küste. Smiley hier. Klettern. Ah, okay. 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 I think I get it. I think I get it. Oder? Nee, I get it. Nicht. Okay. Ah, okay, 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 okay. Jetzt, glaube ich, habe ich es kapiert. Ich muss nur schnell sein. Nee, dann... Dann gehe ich da wieder runter. Oh, hä? Okay, ich weiß jetzt gerade wieder nicht, was das Spiel von mir will. Naja. Ich muss den Part jetzt sowieso beenden, von daher. Ähm. Egal, ob positiv oder negativ. Bewertung immer gern gesehen. Und... Ein Batman. Nee, ernsthaft. Ich stehe... Ich hänge hier kopfüber. Und... Wie so eine Fledermaus. Ein Batman. Gut, das war es von meiner Seite. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. See ya, guys. ues. Okay. Vielen Dank.